Sie möchten mehr über Cybersecurity erfahren. Wir haben die Weiterbildung dazu. Absolvierende haben eine spannende Zukunft als Cybersecurity-Experten. Sie können in ganz verschiedenen Funktionen arbeiten. Als Ethical Hacker, als Analyst, als Forensiker, als Response-Incident-Manager in einem Security-Operation-Center, SOC, bei einer Firma. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Mitarbeit bei der Armee, bei der Polizei, in einem Investigation-Center, bei einer Bank, bei einer Versicherung. Cybersecurity-Experten sind heutzutage einfach gefragt. Sünden und Trainieren hat einen hohen Stellenwert. Neben dieser 15-Tage-Theorie-Vermittlung machen sie genauso viele Assignments und Labs. Das ist uns ganz wichtig. Das praktische Anwenden können, sich die Fingerschmutzung an der Tastatur machen. Das Lab haben wir mitentwickelt, zusammen mit dem Institut für Vernetzte Systeme und der Firma Kompass für die Schweizer Armee. Dort wird es auch eingesetzt, um die Schweizer Rekruten, den Cyber-Lehrgang zu machen, fit zu machen, um die Schweiz zu schützen. Der CAS ist vielleicht der jüngste in dieser Art in der Schweiz. Was uns unterscheidet von den anderen Anbietern, ist, dass wir sehr technisch orientiert sind. Sie wollen noch mehr erfahren? Dann informieren Sie sich bei uns. Melden Sie sich an bei mir, wann Bütler oder mir telefonisch oder auch per E-Mail. Wir freuen uns darauf. Vielen Dank.